Heute geht es um den bevorzugten Standort und die Pflege der Flamingoblume. Diese wunderschöne Zimmerpflanze ist leicht an ihren intensiv gefärbten Blättern und der kolbenförmigen Blüte zu erkennen. Ursprünglich kommt die Pflanze aus den tropischen Regenwäldermitteln und Südamerikas. Die Herkunft aus diesem feucht-warmen Klima erklärt auch die Bedürfnisse der Pflanze, denn zwei Sachen haben fast alle Regenpflanzen gemeinsam. Sie lieben Wärme und sie lieben hohe Luftfeuchtigkeit. Eine hohe Luftfeuchtigkeit ist in unseren modernen Wohnungen natürlich schwierig zu gewährleisten, aber glücklicherweise haben Züchtungseinwirkungen die Pflanze in den letzten Jahrzehnten bedeutend robuster gemacht. Ein Geheimtipp, besprüht die Pflanze regelmäßig mit kalkfreiem und zimmerwarmen Wasser, um eine höhere Luftfeuchtigkeit zu simulieren. Hinsichtlich der Temperatur sind jedenfalls keine Probleme zu erwarten, da Zimmertemperaturen bereits optimal für die Pflanze sind. Und als tropischer Regenwaldbewohner mag die Flamingoblume zudem einen hellen bis halbschattingen Standort, ohne direkte Sonneneinstrahlung. Achtet zudem darauf, dass die Pflanze keine Zugluft abbekommt, denn das mag sie gar nicht. Hier seht ihr den Standort meiner Flamingoblume. Eine wunderschöne Pflanze. Wenn es ums Gießen geht, wird es etwas komplizierter. Das Substrat der Flamingoblume darf nämlich niemals vollständig austrocknen, gleichzeitig darf es aber auch nicht dauer nass sein, da sonst Wurzelfold entsteht. Gieß daher lieber etwas häufiger, aber gebt pro Gießvorgang weniger Wasser. Das Wasser sollte zudem zimmerwarm sein, so wie es auch der Regen im Regenwald ist. Man kriegt die Flamingoblume aus dem Regenwald, aber nicht den Regenwald aus der Flamingoblume. Das Wasser sollte zudem möglichst kalkfrei sein. Wenn ihr aus einer Region mit stark kalkhaltigem Wasser kommt, nutzt zum Gießen am besten Regenwasser oder stilles Mineralwasser. Beim Düngen solltet ihr es dann genauso wie beim Gießen machen, häufig düngen, aber je Vorgang nur wenig Dünger geben. Ein Schussflüssigdünger in halber Konzentration einmal pro Woche ist optimal. Umtopfen solltet ihr die Flamingoblume jedes Jahr im Frühling. Das Umtopfen zeige ich euch in einem separaten Video, damit dieses Video hier kurz und knackig bleibt. Wenn euch die kompakte Art meiner Vorstellungsvideos gefällt, dann zeigt es mit einem Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das würde mich wirklich sehr freuen. Hier noch ein paar Extra-Tipps zur Pflege bzw. zur Beachtung. Die Flamingoblume ist giftig und hautreizend. Tragt daher bei allen Pflegemaßnahmen wie Umtopfen oder Schneiden Handschuhe. Wenn ihr Haustiere oder Kinder im Haushalt habt, würde ich die Pflanze eher nicht empfehlen. Und natürlich solltet ihr die Flamingoblume auch nicht essen, aber wer macht sowas schon? Vermehren könnt ihr die Flamingoblume durch Teilen. Hierzu werde ich ebenfalls noch ein separates Video machen. Das ist im Grunde genommen auch schon alles, was man über die Flamingoblume wissen muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß mit eurer Pflanze und bleibt gesund!